Hallo, schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Wenn du heiß bist auf alle Charlie-Figuren bzw. auf die Trophy Tschüss Charlie, dann bist du jetzt hier genau richtig in diesem Video. Ich habe allerdings vorab dazu noch ein paar Anmerkungen, also bleib dafür auf jeden Fall am Start. Erste Anmerkung, das Ganze ist hier chronologisch aufgebaut. Das heißt, du kannst die fünfte Charlie-Figur nicht vor der vierten oder vor der dritten finden. Dient ganz einfach auch noch mal zur Überprüfung für dich. Zweiter Hinweis, es gibt natürlich hier auch noch eine Menge anderer Collectibles, wie beispielsweise Akten oder auch Waffen, die man noch im Spiel finden kann. Das Ganze werde ich jetzt hier nach und nach noch in den Videobeschreibungen unten verlinken oder ansonsten auch in den Videoempfehlungen ganz am Ende des Videos. Ja, jetzt wünsche ich dir hier viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze gefällt dir und das Ganze hilft dir vor allen Dingen weiter. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss. Ja, doch. Super! 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 Was ist das? 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 Was ist das?